21. Februar 2023, wir sprachen mit dem Schauspieler und Moderator über die Dreharbeiten mit einem internationalen Team, Nervosität und gerissene Taucheranzüge in Klaas Häufer, Umlauf im Video, Interview über der Schwarm, Klimawandel und gerissene Taucheranzüge 2. November 2022, Joko Winterscheid und Klaas Häufer, Umlauf traten erneut gegen ihren Arbeitgeber an und sorgten im Studio für Chaos. Joko schaffte es sogar, die Stromversorgung im gesamten Studio zu kappen. In Blackout in ProSieben, Show, Joko Winterscheid knipst Licht im Studio aus 26. Oktober 2022, Joko und Klaas haben ihre privaten Instagram-Accounts aufgegeben. Nun können Frauen aus dem Iran die Reichweite nutzen, um der Welt zu zeigen, was bei den Protesten vor sich geht. In Joko und Klaas überlassen ihre Instagram-Accounts IranerInnen 5. Mai 2022, das Moderationsgespann versuchte am Mittwoch, 4. Mai, mit seinen von ProSieben abgeluchsten 15 Minuten alle Zuschauer zu vergraulen. Wahnsinn oder Methode? In Joko und Klaas haben anscheinend den Respekt vor Publikum und sind er verloren. 22. April 2022, Joko und Klaas holten die ukrainische Band Selo Illudia ins deutsche Fernsehen. Es wurde ein emotionaler Auftritt direkt aus Akif. Indirekt aus Akif, Joko und Klaas bereiten ukrainische Bands die Bühne. 26. November 2021, die Intelligente Late Night Show. In Deutschland nach Harald Schmidt geht doch, die Sendung Studio Schmidt bei ZDF Neo in Arneville an der Schaut fern. Tommy Schmidt 23. November 2021, viele der Spitzenplatzierungen werden von Künstlerinnen, Songs und Alben belegt, die schon in den Vorjahren erfolgreich waren. In dieser, das sind die meist gestreamten Künstlerinnen 2021, 7. November 2021, aber und Helene, Udo und Frank Elstner. Die Jubiläumsshow von Wetten, das MZDF in Will Andershaut Wetten, das Es muss weitergehen. 29. Oktober 2021, Wetten, das Kommt mit einer Jubiläumsausgabe zurück ins Fernsehen, Thomas Gottschalk wird dann unter anderem auch mit ABBA sprechen. In ABBA als Gäste für Jubiläumsausgabe von Wetten, das Bestätigt 7. Mai 2021, eine halbe Stunde gute Unterhaltung. Late Night Ultra bringt bei ZDF Neo eine alte Show, Idee zu frischem Glanz in Arneville an der Schaut fern. Late Night Ultra bei ZDF Neo 27. April 2021, Michael Bolli-Herbig kündigt die zweite Staffel der Amazonen, Comedy, Serie an. Neben einigen Neuzugängen bleiben auch einige Komiker der ersten Season dabei. In zwei Staffel von LOL, Bastian Pastewka und Annette Frieh mit dabei. 1. April 2021, mit einer siebenstündigen Sondersendung wiesen die Moderatoren am Mittwoch auf den Pflegenotstand in Deutschland hin. Nicht nur aufgrund der Sendelänge an TV-Ereignis. In das Pflege-Special ist der größte Coup von Joko Klaas. Ex¬n. Vielen Dank.